Guten Abend. Willkommen zurück. Akt 2. Ja, da sind wir wieder. Jetzt wollen wir da kurz reinkommen hier. Mal sehen wie es läuft. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen usw. Begib dich zum zweiten Infektionsherd. Erstmal ein Stück Kaffee. Bin noch ein bisschen duselig, ich bin so halb schlafen können, sagen wir mal so. Bin in so einer Art, will ich mal sagen in so einer Art, naja Halbschlaf oder so gefallen. Ach ja, das war der erste Infektionsherd. Genau, mit ein paar Toten. Oh yeah. Genau, es ging darum, wir sollten die Seuche quasi aufhalten, die hier in London herrscht. Mehr oder minder diese Skull- oder Vampirseuche und da gab es halt die Vermutung, dass das von bestimmten Infektionsherden ausgeht. Den ersten haben wir jetzt gerade beseitigt. Das war so eine infizierte Lady, sag ich mal, die dann gegen die Frau kämpfen mussten. Gegen die große Bestie Stufe 29 kämpfen finde ich keine gute Idee, ehrlich gesagt. Muss ich das etwa, wahrscheinlich nicht, oder? Mal gucken, ob wir noch einen anderen Weg finden. Denn ich selbst bin Erststufe 19. Und in diesem Halbschlaf habe ich auch ein dusseliges Zeug geträumt, auch merkwürdig. Hier war die gewesen. Aus mir juckt meine Nase jetzt. Ist doch kein Wunder, ich habe ja auch angefangen zu streamen. So. Na, dann gucken wir mal. Ganz kurz mal den Überblick hier wieder reinkriegen, ne? Hier bin ich gerade dabei. Diese Aufgaben haben wir gemacht. Na, das haben wir hier alles erfolgreich gemacht. Wie sieht es denn aus mit Leuten hier? Dieser Sektor ist noch stabil. Der ist bedenklich, weil alle möglichen Leute haben irgendwas. Vielleicht sollte ich da nochmal hingehen, nach Whitechapel, bevor die dann hinterher, bevor die alle feindlich werden. Der ist gesund. Alle sind in Ordnung. Der ist feindlich. Die Docks. Die greifen mich wahrscheinlich mehr oder minder alle an. Hm. 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 Ich habe jetzt Bandstufe 4. Der würde gehen, die würde gehen. Aber vor allem er. Ja. Ja. Hm. Mal sehen. Vermisst ist der. Okay. Vielleicht ist er deshalb feindlich. Vermisst. Niemand weiß, wo er ist. Ja. Auch irgendwie spannend. Emily wird vermisst. Hm. 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 Okay. Die Freundin von Emily, ne? Hm. Verfolgen. Können wir mal verfolgen. Wo wird die denn vermisst? Welchen Teil der Stadt? Hier. Hier so. Hm. Emily wird vermisst. Na, Moment. Ja. 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 Genau. Ist ich ja ungefähr in der gleichen Richtung, ha? Ach, jetzt müssen wir wieder an den ganzen. Leuten vorbei hier. Genau. Hallo, Kantenflimmern. Guten Abend. Na? Wie geht's aus? Oh, ich hab ja nicht mehr viele Lebenspunkte, sehe ich gerade. Packen wir schnell noch was rein. Wie ist der Biss bewölkt? Hm. Und bei dir? Ganz okay. Ich hab eben schon erzählt. Ich habe irgendwie, ich versuche ja meistens vor dem Samstagnacht streamen ein bisschen zu schlafen. Und das ist mir so halb gelungen. In so einen merkwürdigen, in so einen merkwürdigen, düsteren Halbschlaf bin ich gefallen. Mit so merkwürdigen Träumen. Wie bist du, Emily? Wie? Good evening, Miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am... I am... Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss. You don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No. It's me, who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me please. Help me to disobey the Wyss. Ach, sieh an. Sie ist eine der... Die ist die zweite... Die zweite... Die zweite Ursache für die Epidemie, wa? What happened to you? What happened to you? The rats. The rats in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Kenne ich, wenn ich tagdurchwerf. Anstrengende Träume. Ja, es war... Irgendwie merkwürdig halt, so... So, so... Ganz merkwürdige Träume. Fühlt irgendwie ein bisschen gehetzt. Hm. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it. Yes. Please. Help. Hm. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, doctor. Or abandon you? Hm. What is the local news here about, Miss Billow? Shadows. Shadows, hunting shadows. Whispers in the dark. Festilence. Suffering. Death. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? I'm hungry. I need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, Miss? What you did for work? I was strong, proud, I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Die ist ein bisschen kaputt. Okay. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it. I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not that far. A big house. With no sound, no light, no life left. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Einen Moment noch mal kurz. Nase fängt mir gerade immer an zu jucken, wenn ich gerade anfange zu streamen. Das sind halt merkwürdige Geschichten. Hm, 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 hm. Hm. Mal gucken. Kann ich da nach... Oh, nein, kann ich nicht. Wir gehen erstmal zu Emilys Haus, der vermissten Freundin von der anderen Frau, deren Namen ich vergessen habe. Was ist da denn? Da ist noch jemand. Venus Cross Lane. Wie auch immer das ist. Ich gucke nochmal kurz hier. Hm, hm, hm. 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 Hm, 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 hm. Ist das das Haus, um das es geht? Nein, das ist nichts. Ah, wir sind zielgerechnet hier. Hm, 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 hm. Hm. Das ist das Haus, um das es geht, denke ich. Hm. Aber hier ist dicht. Kann ich vielleicht... ...mich da hoch teleporten irgendwo? Hm. Warum kann ich es nicht? Als Vampir müsste es doch super gehen. Vielleicht muss ich erst durch das Haus durch. Hallo? Ist jemand da? Jonathan, ist das du? Ich wusste nicht, dass du wieder zurück in London warst. Oh, mein Lieber Johnny. Ich bin so sorry für deine Verlust. Mary war so eine Schade. Danke, Venus. Kann ich kommen? Ich ging eigentlich in die Bettung. Ah. Ich bin sicher, dass du mir ein paar Minuten spielst. Für die alten Zeit. Natürlich kannst du in die Zeit, Jonathan. Ich weiß gar nicht genau, wer das sein soll. Venus Crossley. Hm. Personenkreis. Clarence Crossley. Na gut, dann reden wir doch mal mit ihr. Es ist ein Freude, dass du wieder sehen kannst, Venus. Also, du zurückgekehrt aus der Krieg in One Piece 2. Danke Gott. Meine Clarence ist auch zurück. Wie ist der alten Rasker? Wahrscheinlich außerhalb. Chasen Gäste und Chimeras. Clarence hat viel verändert, seit du zurückgekehrt aus der Krieg. Oh, du wißt du. Ah. Huh? Wie hast du, seit der letzte Zeit, dass wir uns treffen? Wie lange hat es das? Drei Jahre jetzt? Ich habe meine Aufgabe gemacht, wie alle britischen Frauen. Du hast keine Ahnung, was es war, zu warten für Monate, ohne zu wissen, ob ich noch eine Frau oder eine Frau. Ich verstehe. Glückwunsch, diese Teil der Stadt wurde von den Schmerzen der Bomben geholfen, von dem ich gesehen habe. Ja, und das ist auch richtig über die Epidemie. Die Flühe hat auch hier getötet, natürlich, aber nicht auf so groß wie in anderen Teilen der Stadt. Okay. Hast du etwas Furchtbar über die Nachbarkeit gesehen? Hm. Hm. Penny Dreadful, das ist so ein interessanter, interessanter Begriff, ne? Hm, okay. Hm, okay. Die Epidemie. Okay, die Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPherson's. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard. To the north of the railway bridge. Okay. Goodbye for now. Goodbye. I'm so sorry, you're here. Ich schnapp mir erstmal Sachen hier. Und dann mal gucken, ob ich hier irgendwie nach oben komme. Ich komme hier nach oben. Das ist gut. Okay. It's locked. Hätte ich wahrscheinlich auch gekriegt, wenn ich die Venus ausgesaugt hätte, schätze ich mal. Ah. Das meinte ich eigentlich. Komm. Schließ dich Tür. Ich hätte eigentlich... Das ist nämlich irgendwo hier... Ah, da. ...rüber teleporten können. Das meinte ich eigentlich. Das hatte ich gehofft. Hey Nordisch. Schönen guten Abend. Nein. Hm. Charlotte... Ja. Er kann einfach eintreten. Einfach so. Kalender für das Jahr 1918. Für Land, Freiheit, Familien. Informationen. Emilys Liebesbrief. Mein lieber Jack. Wann werden wir uns endlich wiedersehen? Heute Nacht? Morgen? Ich kann es kaum erwarten. Seit wir uns im nächtlichen Mondschein auf der Brücke küsten, möchte ich deine Zähne wieder auf meinen Lippen spüren. Hach, dieser schaurige Schmerz an meinem Hals. Als du mich bistest, du kleiner Teufel. Okay. Okay, okay. Emily wollte, um ein Vampir zu werden. Was muss sich falsch haben. Wer ist für diese Schmerzen. Aber wer? Blut. Ich sollte den Weg folgen. Ich folge den Weg. Hm. Venus Crossley. Ich würde ja gerne... Ich hätte sie jetzt gerne verfolgt. Da unten. Komm ich ja auch runter, ohne in den Tod zu stürzen. Oh, ja. Die hat doch gerade eben noch so dieses... Die war doch gerade eben noch so in so einem Geheimnismodus. Sodass man sie irgendwie verfolgen konnte oder so. Also, oder ihr irgendwas über sie rausfinden. Hm. Na gut, ich folge mal der Blutspur. Von... Der Frau, die da ein Vampir werden wollte. Start ist kritisch. Mhm. 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 Platt. Platt. Okay. Okay. Brusthafter Skull. Alle so überlevelt gegenüber mir. Was das wirklich daran liegt, dass sich so Teile eines guten Griffes ausgezeichnet. Wie flach ich davon jetzt? Kleiner Teil eines guten Griffes? Teil eines guten Griffes. Davon brauche ich noch drei weitere. Dann kann ich die Waffe nochmal upgraden. Sehr gut. Also. Was ist das? Was machst du hier? Ich kann dir das gleiche Frage stellen. Ich bin Marquis de Bois-Colomb. Und ich versuche dich starken, dass du dein eigenes Spiel findest. Ich empfehle mich die Invitation. Aber ich bin hier, um zu lösen das mystery, Cancerning the death of a young woman killed by a vampire a young woman killed by a vampire A young woman killed by a vampire Ohh salvagראische Ohchi You're joking, right? Oh I do love the British sense of humor Das ist aber ein langer Name. Hm? Hm? Immerhin hat er eine ziemlich gute Selbstreflexion. Mhm. Ich habe das Blut von dieser Frau verletzt, die meine Kleine verletzt. Die Blut kann so gross sein. Was ist passiert? Sie wollte uns eine von uns sein. Nicht die erste Mal, dass ich so eine Prozesse bekommen habe, aber ich muss sagen, dass ihre direkte Beziehung mich verletzt. Und dann was? Die Körper verletzte meine Blut. Das passiert, du weißt? Manchmal sogar mit Voluntary. At least, ihre Gurglinge hat mir Spaß gemacht. Ich bin nicht sicher, was da besser ist. Hm. Deine Kruelte verdient Verletzungen, Sir. Und was anderes ist neu? Ja! Ja! Ich sage nicht schnell. Na toll. Der ist Stufe 30. Hm. Stufe 30. Also, ich glaube, der ist schaffbar, aber... Ich glaube, den muss man erst... Ich glaube, den muss man erst kennenlernen. Wo muss ich jetzt hin? Töte den Erkorn. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Oh, Mann. Das ist aber eine weite Strecke. Ich versuch's trotzdem. Das wird aber schwer. Ein ziemlicher Bosskampf, muss ich mal sagen. Zwei, dreimal haut er mich und ich bin platt. Töte den Erkorn. Das ist eine Strecke. Oh, und der andere ist auch wieder da. Super. Oh, Gott. Oh, пош. Ah, roh, ich bin mehr. Oh, nein. Toll. Oh Mann. Scheiße. Oh, das wird übel. Das wird übel. Aber das ist jetzt ein Quest-Gegner. Und wieder von hier. Und wieder von hier. Und wieder von hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den Weg werde ich jetzt bestimmt ein paar Mal gehen. Oh Mann. Aber das lohnt sich bestimmt. Ob der andere auch sofort kommt. Oh toll. Jetzt habe ich beide am Hals. Super. Das wird nichts. Das habe ich nicht. Also nochmal. Dauer. Ich darf nur einen von den beiden als Gegner haben. Und dann. Mhm. Okay. Toll, der andere ist auch wieder da. Verdammte Kiste. Ich muss die Einzelnen kriegen. Es hilft nichts. Wir werden herausfinden, dass fast nichts ein Vampir zu töten vermarkt ist. Das steht doch da nur, um mich zu verspotten. Voll kacke, dass der wiederkommt. Der andere. Ja, der zweite da. Was dumm ist, der kommt jedes Mal wieder an. Was dumm ist, was dumm ist, was dumm ist. Oh Gott. Keine Eiframes hier. Keine Eiframes. Beim Aufstehen wird man ohne weiteres weiter getroffen. Es regnet. Nein, hier nicht. Vielleicht hätte ich sagen sollen, ich glaube ihnen. Dann wäre die Quest jetzt mehr oder minder zu Ende. Aber ich wusste auch nicht, wie stark der ist, ehrlich gesagt. Und jetzt kann ich das ja nicht mehr rückwirkend ändern. Dann sind wir jetzt noch mal. Dann kann ich das ja nicht mehr rückwirkend. Dann kann ich das ja nicht mehr rückwirkend werden müssen. Dann kann ich das ja nicht mehr rückwirkend haben. Okay. 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 Das war's für heute. Oh, zu früh. Verdammt. Oh Mann. Den schaffe ich nicht. Nicht mit vernünftigen, nicht mit, also ne. Den schaffe ich nicht. Der ist einfach zu stark. Tja, dann, dann, dann halt nicht. Vielleicht habe ich später nochmal Gelegenheit, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn die Nacht einmal durchgelaufen ist. Dann gehe ich stattdessen zu dem zweiten Infektionsherd, also dahin, wo mich meine... ...dahin, wo mein Ding jetzt mich hinführt, mein, äh... ...Ding jetzt halt, ne. Mein Quest, mein eigentlich... ...Teil eines guten Griffes kaufe ich. Habe ich vier von, ist das jetzt richtig? Ja. Ich brauche aber sechs. Ich kann nicht mit ihr reden. Kann ich nicht. Nein, ich meine, ich hätte es natürlich jetzt versuchen können. Ich hätte es versuchen können, aber das hätte jetzt ohne weiteres... ...ohne weiteres eine Stunde oder mehr frustrierten... ...Versuch eines Bosskampfes sein können, ne. Was ist das? Weiß ich nicht. Großhafter Skal. Das Gebäude ist unter Quarantin. Könnte das, was ich für mich suchen? Habe ich... Es ist lockt. Unter Quarantäne, okay. Man kann aber außenrum lang. Also deshalb ist das... ...Tor auch eine ziemlich sinnvolle Angelegenheit. Große Bestie, 26. Nooo. Okay. Ein Hammer. Das war's. Shit, ich bin nicht weg Oh shit, man Schwierig Und der war jetzt 26 Und der andere war 30 Und viel schneller Und überhaupt Und alles Okay Stufe 29 Oh Mann Quarantäne Ansteckende Quarantäne, ansteckende Quarantäne Darf die Quarantäne-Zone Und schriftliche In der lokalen Gesundheitsbehörden Getretene verlassen Und so weiter Ich habe auch keine Heiltränke mehr Schläger von Priven 29 Wie komme ich denn da hoch? Da vielleicht 25 Okay Die zweite Huch, was ist hier los? Controller? Hallo, Controller? Der Controller reagiert nicht mehr Blinkt nur noch Versuch mal den zu aktivieren Jetzt geht's wieder Oh Mann Wenn mir das im Kampf passiert Ist vorbei Der Controller hat jetzt einfach Gerade mal eben beschlossen Nicht mehr zu reagieren Oh Mann Silbergabel Ich geh auch kurz rein Gibt's hier keinen Durchgang Irgendwie Hier war ein Durchgang Ich bin hier reingekommen So komme ich wahrscheinlich nur den einzigen Weg in den Hinterhof Das ist wahrscheinlich 25 Mal sehen Da hinten ist noch einer Toll, danke Ach Mann Du wurdest besiegt Ich werde herausfinden Dass fast nichts Ein Vampir zu töten vermag Möchten Sie die Schwierigkeitsstufe runterstellen? Immerhin Immerhin Hab ich's Hab ich's nicht weit Zu meinem Ziel Ist mal gut da hinten Hm Hey! okay hallo frankie herzlich willkommen große bestie 16 meter bis zum zu dem haus und dass es eigentlich geht okay ja beruhige dich mal ruhig dich mal da sind ratten vielleicht vorher heute finale das weiß ich nicht keine ahnung glaube ich nicht ich habe keine ahnung wie viele wie viele ich habe keine ahnung wie viele kapitel hier es gibt ich habe das gefühl es dauert noch ein bisschen säuberer den zweiten infektionsherd ich habe das gefühl ist wie gesagt es dauert noch ein bisschen vor allem weil ich zum beispiel ganz viele sachen noch nicht habe ich habe ganz viele ganz viele skills noch nicht und ich habe noch keine wirklich hochgelevelte waffe das spiel ist cool ich glaube das ist hervorragende pump gun nicht übel werde ich mal anstelle der zweiten anstelle der zweiten waffe hier nutzen hervorragende pump kann also atmosphärisch ist das schon ziemlich geil man muss es ja natürlich das spiel gut zu finden muss man mögen dass da auch mal zwischendurch viel geredet wird dass man nicht nur am ketzeln und kämpfen ist ketzeln und mämpfen also die atmosphäre ist also es lebt von der atmosphäre sagen wir mal so das spiel nein ich spiele auf dem pc aber mit controller shit was war das denn guck mal an hier ich habe gar nichts gebracht hier oh mann ich hasse es wenn ich gegen zwei gegner gehen muss was Nein! Der Controller! Der Controller! Bruder! Der Controller macht nicht mit! Scheiße! Der Controller hat einfach aufgehört zu reagieren, der Controller. Ich glaube, ich muss das Ding wieder mit USB-Kabel anschließen. Scheiße. Mann, kleinen Moment. Das war echt frustrierend gerade, weil eine von den beiden hatte ich fast. Und plötzlich geht der Controller nicht mehr, voll geil. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn jetzt ein Kampf passiert, ist es vorbei. Ja, also, ich würde es spielen. Also vor allem, da du das kostenlos hast. Hoffentlich geht das hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt echt super nervig. Ich kann hier noch etwas einsammeln. Okay, mal geht's. Was ist der Fall? Ich bin ja, ich bin der Fall. 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 Ja, bitte. Ich versuchze! Ich bin der Fall. Mit der Fall. Ich versuchze. Toll, jetzt läuft es viel schlechter. Wie blöd. Naja, ist wohl schon machbar. Aber das ist so ein bisschen so ein Small-and-Ornstein-Effekt hier gerade, ne? Aber das ist so ein Problem. Ach, Mann. Das ärgert mich jetzt wirklich. Ich hatte, wie gesagt, eine von beiden hatte ich fast tot. Ich hätte nur noch einmal zuhauen müssen. Und dann streikt der Controller. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin doch ausgesicht, ne Kacke. Mann. Oh, Mann. Wenn es nur noch einer ist, ist es ein bisschen leichter hier. Ich bin doch ausgesicht, ne Kacke. So. Teile eines guten Griffes. Ja. Ja. Drei Teile eines guten Griffes. Und ich kann meine Waffe maximieren. Meine Keule. Ja. 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 Sehr gut. Sammle Informationen über den zweiten Infektionsherd. Vielleicht schaffe ich es ja sogar dann, das Ding zu upgraden, die Waffe. Und vielleicht schaffe ich ja dann sogar noch den Ekondar zu töten. Obwohl der mich natürlich auch sehr stark trifft, ne? Darling. Hab Dank für das kostbare Parfum und den Pelzmantel. Ich kann es kaum erwarten, deine Hände auf meiner bebenden Haut zu spüren. Denn nur bei dir, mein Held, fühle ich mich derart begehrt. Bitte komm bald zu mir, denn ich kann es kaum erwarten, meinen scheuen Busen wieder an deine Brust zu drücken. Ja, mein Geliebter, mein Schatz. Komm zurück zu mir. Ich verspreche dir eine Nacht voll ewiger und zügelloser Leidenschaft. Gerade trage ich allein, einzig und allein, deine letzten Geschenke am Körper. Oh ja, ich verzehre mich nach dir und will endlich meine unbezähmbare Lust mit dir teilen. Hingebungsvoll deine Doris Fletcher. So der Husband hatte eine Affair mit Doris Fletcher. Heute würden da wahrscheinlich noch Emotes mit dran hängen. Finde Doris Fletchers Theater. Theater. Da ist ein Unterschlupf. Da muss ich direkt mal hin. Um die Waffe aufzuwerten. Doris Fletcher scheint hier der misslose Link zu sein. Es kann nicht nur eine Coincidence sein. Ich sollte zu ihrer Aktiv-School gehen. Oh oh. Ich mache die Tür auf und werde sofort. Sofort, äh, angeschrien. Wollte ich fast sagen. Kann ich hier auch woanders raus? Wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, ich muss da durch. Hm. Toll. Das habe ich jetzt dumm gemacht. Na gut. Okay. Na toll, da kommt noch einer. Und ich kriege immer noch weitere Blutproben, die mir weitere Analysen ermöglichen. glaube ich. Okay. Wäh. Ja, ja. Schnauze. So. Muss ich bloß zum Unterschlupf kommen. Ich wage aber noch nicht, die Nacht vergehen zu lassen. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich meine, meine Geist. Wollte es aus. Wollte es keinen Fall haben. Wollte es nicht mehr. Oh, das war in der Arbeitskammlung. Wollte es nicht mehr. Wollte es nicht mehr. Meine Fresse. Noch ein Teil eines guten Griffes. Sehr gut. Ich habe den gar nicht gesehen, wie gesagt. Ich komme hier hin und der will mich töten, nur weil ich ein blutsaugendes Monster bin, was seine Nachbarn ist? Hm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da immer los ist. Wo ist denn mein Unterschlupf? Ach, das ist schon wieder so eine Ecke weg. Der ist da... Ach, mei. Ach, wie blöd. Der ist da in dem... dahinter. Der kann hier durchrennen. Na. Na. Shit. Oder auch nicht. Au, meine Fresse. Oh, ich bleibe. Oh. toll damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet dass das ding doch explodiert was ist denn hier los töte den eckern opium noch eine blutprobe ist ja unglaublich eine nach der anderen hier ja okay hallo ich bin zu hause analysieren was haben wir denn hier gegen was gegen was oder für was regeneriert 140 blutpunkte sofort ja nicht ziemlich cool regeneration aber das ist mir irgendwie irgendwie wichtiger so hier erschöpfung mal auch mal so zwei drei stück blutpunkte okay einfach mal so jetzt kann ich den die hervorragende stachel koal nein doch das ding hier aufwerten ist das richtig ja aus 242 werden 363 schaden ausgezeichnet das mache ich jetzt und diese dinge aluminium teil habe ich noch nicht okay aber jetzt habe ich die makellose stachelkeule sehr schön gefällt mir gut und ja okay alles wieder verwenden was mir fehlt ist so ein alles zerlegen alles zerlegen taste ich habe das noch nicht oder doch aluminium teile gekriegt hausdauer verbrauch senden drei zusätzliche schockpunkte beides gut hier schockpunkte die waffe wird lässt sich nicht mehr aufwerten das war's jetzt könnte ich in andere sachen investieren hier zum beispiel fragezeichen ich habe genau die richtige anzahl von mir aus von mir aus und diese sachen da kann ich auch was reinpacken verursachten schaden erhöhen nachlade zeit beides gut ne ich glaube ich mache einen schaden hier hier geht es auch noch mal verursachten schaden das ding muss richtig rumpsen wenn ich es denn überhaupt wenn ich es denn benutze ne so nieten ok so ich wollte noch was sonstiges hier ich glaube nicht vielleicht noch so ein zwei medizin dinge die günstig herzustellen sind migräne ist schon ein bisschen teuer blutvergiftung ok habe ich denn jetzt hier da könnte man das reinpacken und das andere das blutserum blutserum das blutserum nach unten und das heil dinge nach oben da könnte ich vier von haben dann stelle ich noch zwei her wenn es geht es geht gerade so ok gut das hier möchte ich noch nicht machen weil dann vergeht die nacht das will ich eigentlich noch nicht alle auffüllen alle auffüllen so vielleicht schaffe ich ja den diesen speziellen ecco da jetzt ihr wisst schon welchen ne den da hier ist sogar noch ein unterschlupf vielleicht gucken vielleicht kann ich den sogar erreichen 27 wäre ja noch cool wenn ich es hinkriegen würde würde mich zumindest freuen da ist noch ein händler genau da ist noch ein händler genau wer ist wer ist er ist aber gesund insofern ist er mir egal erst mal zumindest erst mal egal falsche richtung ach man ich stelle mich manchmal blöd an richtung hier hallo rippel hallo hallo wie geht es euch nur soweit ganz gut habe ich schon gesagt ich habe versucht wie ich meistens tue vor dem nacht streamen ein bisschen zu schlafen und ein bisschen merkwürdig geträumt also so so einfach so stusskram weil ich so in merkwürdigen halbschlaf gefallen bin so okay vielleicht kann ich diesen komischen ecco ja mit ähm mit der schrotwumme hier ein bisschen besser töten mal sehen 24 30 ja ich komme hier nicht anders hin weil ich bin da hoch kann ich nicht porten ist nicht vorgesehen oh nein der andere kommt auch toll oh mein gott mal sehen wo wir da anfangen dauer habe ich denn wenigstens schon mal eine gute waffe ja immerhin immerhin hat er das gespeichert sag ich mal ähm wo geht's denn lang wo geht's denn lang ok ich versuche das noch einmal wird schon schief gehen ja ich versuche es jetzt schon diverse Male und die ganze Zeit passiert es eigentlich dass der mich ruckzuck kaputt schlägt der muss mich eigentlich nur ein zwei mal richtig erwischen und schon bin ich platt aber hier ist noch ein da ist noch ein noch ein unterstuch wäre natürlich ganz gut wenn ich den nutzen könnte aber wird wohl nichts ich muss erst den einen also ich darf nur gegen einen kämpfen das ist schon mal ganz klar das ist schon mal echt klar oh na toll toll immerhin meine Güte da nimmst du so gut wie keinen Schaden damit Alter Schwede äh oh ich hau da immer zu früh drauf verdammte Gäste nochmal jetzt zu spät jetzt hier wird gek hier 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 Okay, now let's fix those guys up. Deshalb meine ich, es ist nicht so, nicht so, so wird's schon werden, klingt erstmal nicht so, nicht so überzeugend, ne? Okay. 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 Das war mit dem Timing überhaupt nicht klar. Okay. 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 Oh man! Dann. Oh, wieder zu früh. Verdammte Gäste nochmal. Nein, ich klemme fest. Scheiße. Nein, der ist so unglaublich stark, ey. Das ist kaum zu glauben. Der ist ein Boss. Eindeutig. Ich bin jetzt halb runter und er habe mich schon echt schon ziemlich häufig getroffen. Und er heilt sich auch ein bisschen. Nein. Ah! 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 Was ist das? Oh, gosh. I will not. Der zieht ja gar nichts mehr ab. Shit, ist zu spät gedrückt. Nein, zu früh gedrückt. Scheiße. Zu früh. Nein, jetzt kommt jetzt auch ein Rhythmus raus. Scheiße. Scheiße. Meine Fresse. Meine Fresse, ey. Das war... Naja, das war nicht so einfach. Puh. Dann erstatten wir mal Bericht. Das war aber ganz knapp. Da habe ich alle meine Heiltränke verbraten. Ich habe quasi alles verbraten, was ich hatte. Wo muss ich überhaupt hin? Naja. Stufe 3 ist sicher. Gut, dass ich dann die Waffe aufrüsten konnte. Hier. Ich weiß, was passiert mit deinem Freund, Emily. Ich kann die Wahrheit. Es gibt keine Chance, die blöden Details zu verbraten. Dein Freund hat sich um ein Vampire zu verbraten. Sie hat gedacht, dass sie ein ehrlicheser hat und mit ihm gemacht hat. Unfortunately, Emily hat nicht überrascht den Prozess. Meine Mutter hat mir viele Mal gesagt, über die Risiken zu verbraten. Ich habe oft verraten, dass sie die Gefahr zu verbraten, um mich zu verbraten. Nein, die Risiken ist real. Du hast eine Idee, was ein Körper muss zu verbraten, um ein Organismus entweder zu verbraten, um die Probleme zu verbraten, um die Blöden zu verbraten. Ich hätte niemals mit Emily gesprochen über Vampires gesprochen. Ich hätte niemals gedacht, dass sie das eigentlich ohne mich probieren. Danke, Herr. Hier, das für Ihre Geschwisterung. Tschüss, Charlotte. Es ist ein Flock zum, eigentlich hauptsächlich zum Betäuben. Vielleicht ist der ja einfach cooler als die Waffe. Das Ding hier. 35 Schocken. Wie viel macht eigentlich die Keule? 21. Also wenn es um pures Schocken geht, ist der Flock besser. Vielleicht sollte ich auch die Machete mal aufwerten. Die ist immer eine schnelle Waffe. Hier. So. Damit kann man relativ zügig, glaube ich, hauen. Puh, ja, das war jetzt nicht so leicht. Aber cool, ich freue mich, dass es geklappt hat. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal kurz in den Unterschlupf. Und von da aus dann zum nächsten Questort. Wurde ich sagen. Ja, ist eigentlich halbwegs schnell zumindest. Das Ding macht aber schon deutlich mehr Schaden. So wie es jetzt ist. Das Ding macht 363. Angriffsschwindigkeit 5. Hier 15. Also wenn er jetzt hochgelevelt wäre, dann wäre das schon ziemlich cool. Hm, schon. Aha. 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 Okay. Nee, respawnen ständig diese Gestalten hier. Na? Ja. Alles auffüllen. So. Mal sehen, was notwendig ist. Um die Machete aufzuwerten. Ach, die lässt sich gar nicht aufwerten. Hm. Sehr bedauerlich. Und die Säge, die Säge lässt sich aufwerten. Ist vielleicht eine bessere Nahkampfwaffe. Macht auch 65 Schaden. Die ist eigentlich mehr oder minder... Ist eigentlich die bessere Waffe, würde ich mal sagen. Ne? Regenerationsserum kann ich gar nicht machen. Wie schade, wie schade. Blutserum kann ich aber machen. 65 Schaden. 64 Schaden. 15, 15. 15, na gut. 20. Hm. Na ja, gut. Wir bleiben erstmal bei der Kiste. Wollte ich sagen. Und ich wollte eigentlich relativ gerne... hier noch Dinge tun, ne? Ja, allerdings Baseball. Hallo, Sackflickflack. Ich wollte eigentlich ganz gern noch hier... Leute reparieren. Oder heilen wohl eher. Hm. Hm. Der Typ wird vermisst. Hm. Und die Docks. Naja. Okay. Whitechapel. Da kann man auch noch ein paar Leute heilen. Die, wo ich hin muss, ist ja auch in Whitechapel. Naja. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Leute heilen können, damit der Status des Bezirks nicht bedenklich oder feindlich ist oder so. Wenn möglich. So. Whitechapel. Eigentlich, ne? Ich mach mal die Runde hier rum. Wenn es denn möglich ist. Hm. Hier. Kann ich den heilen? Ich kann den heilen. Du siehst nicht gut, Benjamin. Nehmt du keine Hilfe? Ich fühle immer alles, Sir. Es ist wie, ich bin nie richtig. Ich kann versuchen, dein Körper zu heilen, Sir. Aber du musst es stoppen, zu zerstören. Die Krieg hat mich zerstört, Doktor. Hm. Sie sollten diesen Brief lesen. Ja. Der wollte ja, ich glaube, der Junge wollte sich, keine Ahnung, hier kommen. Ich habe einen sehr interessanten Text gefunden. Dein Sohn hat seinen Wert an der Gang vertreten, indem er deine Medizin vertreten hat. Oh, ich sehe. Der so kleine Böger dachte, dass er seinen Vater vertreten könnte, um eine Reputation zu bauen. Der Gangs-Rekruiter war tot, als ich ihn gefunden habe. Vielleicht solltest du besser auf deinem Sohn nehmen. Ich liebe meinen Albert, Sir. Glauben Sie mir. Es ist nur... Ich glaube, ich bin ein Arscherl, ich glaube. Anyway, danke für das Text. Das ist für deine Probleme. Aha. Mixtur. Untersuchung erfolgreich. Eine Räume, Alkohol und ein schlechtes Temper. Manche Heilungen lernt man später, ja. Was hast du denn? Ich würde gerne sehen, welchen Art von Medizin du verkauft hast. Ja, ein paar habe ich ja schon gelernt. Ein paar... Ein paar Dinger, ne? Okay. Mh, ja, ja, ja. Das ist wahr. Plunder verkaufen. Hm. Guter Wiederverkaufswert. Hm. Würde ich da irgendwas von haben? Bin da nicht so sicher. Neu, neu. So, ich geh mal einfach mal weiter. So ein bisschen Weg, ne? Was hat das Spiel damit zu tun? Nichts. Das Spiel hat nichts mit Jack the Ripper zu tun. Einmal Heilung, bitte. Wie fühlst du? Physikalisch sprach, nicht? Ich fühle mich nicht gut, Dr. Reed. Nicht überhaupt. Mhm. Du solltest schnell zurückkommen, nachdem du das genommen hast. Danke, Dr. Ja. Goodbye, für heute. Lalo. Ich möchte gerne, dass die Bezirke zumindest nicht feindlich werden, ne? Deshalb mache ich diese Sachen jetzt hier, ne? Mal gucken, ob wir noch mehr Leute finden, die wir hier irgendwie noch in Ordnung bringen können, ne? Ja, Schöpfung, den kriegen wir hin. Wie geht's, Junge? Ich bin nicht dein Junge, okay? Jetzt schau mal. Hm. Du brauchst Unterstützung? Bitte. Ich fühle mich heute Abend. Da geht's. Ich hoffe, dass niemand es von dir verbringt. Sehr lustig. Goodbye, junger Mann. Erst sagt er, ich soll verschwinden. Und dann nimmt er die Medizin doch an, ne? So sind sie. Ich laufe hier übrigens völlig in die falsche Richtung. Wieder mal. Ich glaube, dieses Ding zeigt an, wie die Kamera guckt. Kann das sein? Nein? Vampir, aber auch Arzt. Stimmt. Und man kann sich entscheiden, wie man damit umgeht. Also, ob man jetzt hier alle aussaugt und sozusagen alles hier ins Chaos versinken lässt. Oder ob man versucht, die Epidemie, also scheinbar die spanische Grippe, zu heilen. Ah, das ist... So stellt sich das dar. Aber dann entwickelt sich die Geschichte halt auch weiter. Eine ziemlich coole, spannende Geschichte, finde ich. Toll, und jeder... Da bin ich durch von der Seite. Oh, Mann. Da muss ich doch den anderen Weg gehen. Oh, Mann. Wie doof. Na gut. Hab 51 ist kein Eigenbedarf mehr. Okay. Okay. Das verstehe ich zwar nicht ganz, wie es zu dieser Zahl... Wie es zu dieser Zahl kommt, aber okay. Ach, 5 Liter. Für mich sieht das aus wie 51. Das Jahr, also das alte 51, habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, da hat er vielleicht was aufnehmbares, war aber nicht der Fall. Also hier lang, ja. Also hier lang, ja. die Dinge zu finden, die... Die, äh... Die Seuche, die Ursachen für die Seuche. Mistkröte, ey. Ich schätze mal, mal sehen, ob ich... der lang kann. Boah, diese Mistkröten sind echt überall. Die sind... Die sind echt überall. Wenigstens kann ich mit mir ein bisschen vorbeimogeln an manchen. An einigen, aber nicht an allen. Okay, Stufe 22, 24, okay. Mal sehen. Ich habe leider keine... Ich habe leider keine... Keine Seren mehr, die ich trinken kann. Hm, warte. Warte. Das ist Schnecken. Finde einen Zugang zum Theater. Ah, okay. Ja, also es... Ich hatte mir... Ich weiß, ich war schon in Stützpunkten hier. Ja, also ist ja nicht weit weg eigentlich. Ich war zum Beispiel vorhin hier. Oder war es... Ja, ich glaube, hier war es. Ich habe mich aber nicht getraut zu schlafen, weil dann vergeht ja die Nacht. Und dann passieren ja Dinge wieder. Ne, also... Irgendwelche... Irgendwelche... Quests können nicht mehr geschafft werden. Oder... Oder sowas. Deshalb habe ich mich nicht getraut zu schlafen. Ich muss aber meine Punkte mal wieder vergeben, damit ich mal wieder aufleveln kann. Das mache ich... Nachdem ich diesen Teil der Hauptquest geschafft habe. Also wenn es heißt, jetzt irgendwie... Ich kehre ins Pembroke zurück oder sowas. Und wir sollten ins Hospital... So, einen Zugang zum Theater finden, wie gesagt. Mal sehen. Tür wurde aufgeschlossen. Okay. Das ist aber schon zu weit weg. Aber immerhin wurde sie aufgeschlossen. Das ist schön. Okay, hier geht es schon mal nicht rein. Mal sehen. Vielleicht so eine... Gasse hier? Was ist das hier? Nur ein Plakat? Bleiben Sie holen. Zu Hause. Ja. Abgeschlossen, ne? Ich kann nicht innen. Hm. Durch ein anderes Haus, vielleicht? Ach, wir sind gar nicht gemeint hier, ne? Okay. Blut-Econ. Was denn sonst als Blut-Econ? Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Sinking City. Äh, ein bisschen vielleicht. Ne, hat eine etwas andere... Also Sinking City hat eine etwas andere Atmosphäre. Das ist eher so Lovecraftian und so, ne? Und merkwürdige andere Monsterarten und so was. Das hier ist eher so... So halbwegs klassisch vampirisch. Du brauchst dein Blut. Cool. Was ist das? Genau, kein Lovecraft-Universum. Die Atmosphäre ist ähnlich, vielleicht, manchmal, an gewissen Stellen. Ich habe auch schon so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen den, 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 äh, die Parallelen gesehen. Ich finde es übrigens richtig schade, dass ich, dass mich das Sinking City das Gameplay ein bisschen frustriert hat. Weil ich fand die Atmosphäre von Sinking City ziemlich geil. Da werde ich mir noch ein, noch ein Ding jetzt angucken, ein, äh, ein, 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 ein Let's Play von, damit ich die Geschichte gesehen habe, ne? So, wie komme ich da hin? Kantenflimmern ist raus. Gute Nacht. Ja, alles klar, dann schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Dankeschön, dass du dabei warst. Okay, da unten ist ein Zugang. Gut. Kaplan von Priven. Hm. Stufe 29. Kann ich mich da reinporten? Oder? Ich denke, die sehen mich nicht. Ich dachte, die sehen mich nicht. Ja, dann von hier vielleicht. Ah, so. Ja. Okay. Ne, weil, das Sinking City, ich mag ja diese, also die, als ich das den, den Trailer gesehen hatte, der natürlich, sagen wir mal, überhaupt nicht gezeigt hat, wie das Spiel gespielt wird, aber den Trailer fand ich ja schon super. Und ich mag die Art von Geschichte, ehrlich gesagt, sehr gern. Ich kann nicht innen. Oh, das ist hoch da. Ah. Okay. Gucken wir mal. Das hier könnte wieder ein gefährlicher Kampf werden. Doris Fletchers Schauspielschule. Finde Doris Fletcher. Neue Musik. Abschiedsbrief. Ich ertrag den Schmerz nicht mehr. Seit diese Schlampe mich infiziert hat, fühlt sich mein Körper an, als würde er auseinanderbrechen. Tralala, tralala. Wer immer diesen Brief finden mag, soll wissen, dass ich mich nur umgebracht habe, um der Hölle zu entkommen, zu der dieser Ort geworden ist. Mögt Gott mir und meiner unsterblichen Seele genädigt sein. Schließlich habe ich mich geweigert, Komplize bei dieser Teufel leid zu sein. Hm. Oh, ich kann den Dings nicht einsetzen, den Vampirblick. Woe zu dir, Nationen der Hypokristen. Denn vor dir steht, die talle König. Du kannst aber nur die Hände hochlegen. Ganz kurz zum Thema Lovecraft-Verfilmung. Also Filme kenne ich eigentlich mehr oder minder keine. Aber, sagen wir mal, ein Spiel, was ich sehr gut fand, war Call of Cthulhu. Und zwar nicht etwa Call of Cthulhu, die alte Version von der PS2 war es, glaube ich. Sondern die relativ neue Version. Die fand ich ziemlich cool. Das war ein cooles Spiel. Okay. Kann das Doris Fletchers Sprache sein? Woher kommt es von? Verunstellter Bosar der Skull. Geh mal nicht so schnell hier lang, ne? Oh Mann, Stufe 29. Ach Mann, was ist denn jetzt immer für ein Zeug da? Sie geht weg. Weil ich außerhalb ihres Bereiches bin, ne? Oh Mann, warum? What? Ach, das habe ich vergessen. Scheiße. Mann. Scheiße, Mann. Jetzt gehe ich in einen potenziellen Bosskampf. Einfach nur geraten, aber jetzt gehe ich in einen potenziellen Bosskampf mit ganz schön verringerter Gesundheit. Mal gucken, ob ich noch was looten kann hier. Also du fandst Sinking City nicht wirklich gut. Also ich fand die Atmosphäre schön, aber es war, also schön im Sinne von cool irgendwie, ne? Nicht schön im Sinne von schön, aber es war halt, es war wirklich aufwendig und anstrengend und an einigen Stellen auch frustrierend. Immer dieses, dieses erneut durch die Gegend und 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 nochmal, nochmal reisen und wieder irgendwo lang und so, ne? Und, und ich fand es sehr, sehr schwer. Kämpfe, kämpfe sehr schwer. Und viele können zu testifieren, zu ihrer Kindheit und Schönheit. Denn jetzt schützt sie in der Schuhe, wie schuldig als Schäuhe. Aber wenn du kalt und sterben, wirst du sie wieder aufwärts und wieder aufwärts. Das wird, das läuft nicht gut. Guckt mal hier, wie... Die Stühle unten sind alle, also... Das sieht doch auch so ein bisschen aus wie eine Arena da unten, sag ich mal, ne? Eine Bosskampf-Arena, oder? Würde ich mal behaupten. Ich hoffe, das ist machbar für mich. Nein, muss es. Keine andere Chance hier gerade. Ja gut, den, den anderen, den Ekron habe ich ja auch geschafft. Aber das war... Es war... Halt ein normaler Ekron. Der einfach nur zufälligerweise... hohen Level hatte. Man wird hier langsam in Richtung zu dem Bossgegner geführt, ne? Wie gesagt, den ich jetzt einfach nur vermute, aber ich... Schätze, es stimmt. Ich schätze, es stimmt. Na gut, wir müssen da wohl die Treppe runter, hilft wohl nichts. Und uns erstmal... ...dem Gegner da stillen. Das kann ich nicht verstehen, Grimm. Ich kann draußen fünf Meter hoch oder... Was? Ich kann draußen fünf Meter hoch oder höher beamen und hier ist ein Rand... Ja, naja, ist ja... Also genau. Und es gibt ja auch viele Stellen, an denen man es einfach nicht machen kann. Obwohl da eigentlich ein Vorsprung ist oder so, ne? Tja, was willst du machen? Warum geht das nicht? Weitere nicht. Das geht. Was ist das? Das Problem ist einfach. Laph, das ist schon etwas speziell. Sagt die Zielgruppe ein. Bedeutet, man investiert nicht das nötige Geld. Könnte stimmen. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Starkes Blutserum. Okay. Gut, immerhin bin ich geheilt. Und habe ein bisschen Blut, was ich benutzen kann. Da kann ich mich jetzt wieder hochporten. Okay, ich nehme mal an. Abgeschlossen. Es ist lockt. Alright. Oh je. Okay. Okay. Also da ist abgeschlossen. Doris Fletcher. Entweder einen Schlüssel finden oder einen anderen Weg nehmen. Sinking City. Dieses In-N-Taggern. Irgendwie haben wir das wesentlich aus den Augen verloren. Nehmen Mission hier, nehmen Mission da. Das Ende nicht verraten, ich will es mir noch angucken. Ah, wieso kann ich... Ah, wieso kann ich... Wie komme ich jetzt runter? Meine... eigentlich müsste ich da einfach... Ich sag mal, der... 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 runter... der... der Fall... die Tiefe, das würde... wäre kein Problem. Haben wir schon gemacht. Ich hab's nicht gespielt. Ne, ne, ist jetzt... jetzt ist es in Ordnung. Ich hab's ja nichts... das ist ja nichts Relevantes verraten. Ne, ich hab's angefangen zu spielen und dann abgebrochen, weil mich das... genau was du geschrieben hast. Dieses hin und her, hin und her, hin und her hat mich genervt, ne. Das hat mich genervt. Deshalb hab ich abgebrochen. Aber andere haben es gespielt. Ich hab's nicht gespielt. Aber ich kann dir helfen. Ich bin ein Doktor, Frau Fletcher. Doris Fletcher ist nicht mehr. Alles, was bleibt, sind die Sonnen der Queen, die sie war. Und die Queen, die sie sein wird. Bis dahin werden alle sterben. Ach, da ist noch ein Gegner. Shit. Toll. Toll. Noch einer. Ja. Was ist das? Ja. 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 Oh, toll. What? Hallo, Fletcher. Noch einer. Toll. Oh. Bewegung. Toll. Oh, wie ätzend so, 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 Kämpfe, bei denen immer neue Gegner dazukommen. Scheiße. Dauer. You killed my father. Prepare. Touché, sir. Behold Kinslayer, the disgrace of sheep. Die Brüte war damals renouft. Will sie wieder sein, wenn sie alle ihr Leben haben? Deine Blut wird meine Brüte sein! Pam-pam-pam-pam Hey! Falte Taste, toll! Deine Hand schreit. Ach, ich mach hier, stell mich hier voll blöd an. Toll! 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 Ach! 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 Ich hab vergessen, dass man vielleicht von der Bühne runterlaufen kann, um dieser Wolke zu entgehen. Naja... Ich glaub, das ist schon schaffbar, aber... ...nicht so leicht. ... Mann! ... 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 Das sieht ja blöd an. Ha ha! Your hand is shaking! Man! Behold, Kinslayer, the disgrace of sheathen, will she be the queen again once they all share her fate? My blade shall pierce your core! Ah! Fish! Ah! Ah! Ha ha! To shave, sir! Ha ha! Ha ha! Ha ha! With ADD Ach komm Alter Schwede, er konnte nicht weg Da konnte ich nicht weg Na toll Ich hab keine Chaosdauer mehr, null Scheiße Oh ist das übel Ja Das waren vier Minions Du hast mein Vater Keine Ausdauer mehr. Ach, meine Güte. Was, 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 was? Ah, es ist ein blöder Kampf. Macht keinen Spaß. Ich bin wieder fast tot. Geil. Cosmo-Killer habe ich auch noch nie gehört. Dauer. Dauer. Die werden es schon schaffen. Okay. Ich wollte eigentlich gar keine Tipps. Ah. Ah. Ach. 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 Ich weiß aber auch gar nicht genau was zu tun. Aber das ist aber grundsätzlich eine schlechte Idee. Weil ich möchte nicht, dass die Nacht vergeht. Oh! 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 Ho! Ah! Ha! Ha! Ah! Ah! Ha! 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 Toll! Bleib zurück! Oh, was ist denn? Toll! 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 Das wird schon gehen. Was ich ein bisschen ätzend finde, ne, stimmt gar nicht. Ich würde gerade sagen, dass ich, dass ich dachte, dass ich bei jedem versuch, dass der Munition weg MDine hat. aptain Den Punkt kenn ich nicht. Warum das denn? Naja, so wirds gehen. So wirds gehen. Woe unter thee! Baba, lord! Behold, Kinslayer, und der Vergnügen, die sie in den Kuhlern haben. Will sie die Königin sein, wenn sie ihr Tod haben? Meine Güte, was war das denn wieder? Naja, ich bin da zu übermütig, glaube ich. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. Ich hab neun Munition, das wird schon klappen. Eigentlich die gute Keule und so weiter und so fort. Ja, ich krieg's hin. Ich seh's schon. Mhm. Fang saß da neun Stunden dran, bis er ihn besiegt hatte. Danach hat er's nochmal versucht und beim ersten Mal besiegt. Hm. Tja. Also mein längster Bosskampf war Smough und Ornstein mit Zestus. Das war schon ziemlich übel. Ja. 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 Nein. Ach, ich stelle mich hier nicht so geschickt an. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Zar. Ach so. Versus Controller. Also ich spiele sehr gern mit dem Controller. Mann, ich trich die falschen Tasten. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Behold, Kinslayer, die Siegge von Siegge. Will she be the queen again, once in a share of her bitch? My blade shall pierce your finger apart. Come to me, my servants. Oh, wait. I beg you, wait. What? I... I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Nice! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Farewell, Doris. It was the fight. Let's end it. Also, ne? Also, wie viele Versuche waren das jetzt? 10? 15? Irgendwie so. Bravo! So dramatic! I love it! McCullum! How strange I seem to find you, whenever I'm inquiring about that Skalinfestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. You and me. Stay away from me, McCullum. You and all your boar dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Joa, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Hat zwar ein paar Mal ein paar Versuche gekostet, aber ich hab's geschafft. Und ich hab hier ein Säbel. Angriffsgeschwindigkeit 10. Ausdauer 20 kostet's. 140 Schaden. Hm. Okay. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Entkommen mit dem Theater. Ja, und wie? Die West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection. While I continue my research during the Great Heart. Hm. What? These people want me dead. I need to leave now. Hm. Das ist aber... Okay. Gut, dass ich die Wummer hatte, was? Ehrlich gesagt. Unnatürliche Selektion. Erstatt den Lord Redgrave-Bericht. Erstmal kurz aus dem aus dem Blickfeld hier raus. Falsche Richtung. Natürlich. Aber ich sollte jetzt eigentlich wirklich mal... ...wirklich mal wieder, äh, 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 Dinge zieher. Hm. Ein paar Level machen, oder? Hilft ja eigentlich nichts, ne? Langsam. Ach, toll. Das hab ich wieder vergessen. Verdammte Kiste nochmal. Wer denkt schon an explodierende Gegner? Ja. So, jetzt muss ich aber wirklich mal... ...schlafen hier, ne? Mal gucken, kann ich die Waffe upgraden? Da fehlen Teile eines guten Griffes. Hm. Hm, hm, hm. Mehr Blutenden an den Blutpunkte auf, wenn die Waffe trifft. Das ist natürlich ziemlich gut. Komm, wir machen's mal. Ausdauerverbrauch senken. Schaden erhöhen. Und nochmal Blutpunkte. Und Schaden von mir aus. Und das hier geht nur, wenn ich Teile... ...weitere Teile eines guten Griffes habe. Und wenn ich kann, vielleicht noch ein paar Heiltränke. So, aber... ...und ein Blutserum. Okay. Normales Blutserumbad. Okay. Jetzt auch mal. Schon echt lang her, dass wir das letzte Mal gelevelt haben. So. Was machen wir denn? Was kostet denn was? Und was ist sinnvoll? Was ist sinnvoll? Was mache ich immer? Ultimativ ist bestimmt sehr teuer. Ist außerdem... ...Stufe 20. Stufe 26. Stufe 32. Die Bisse mache ich ja eigentlich ständig, ne? Blutkapazität. Wie hört die Blutaufnahme? Kostet schon 900. Das kostet schon 1200. Komm, machen wir mal. Das kostet schon 1200. Ja, ich mache es trotzdem. Das kostet 1000. Das kostet 1000. Ausdauer. Können wir gerne tun. Biss schaden. Biss schaden. Das ist relativ günstig. Erhöht die Regeneration, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Kann ich vielleicht die klauen? Wahrscheinlich sind die jetzt... Jetzt sind sie wahrscheinlich zu teuer. Ja. Ja, jetzt sind sie zu teuer. Natürlich. Natürlich. Ich kann jetzt vier Serien mit mir tragen. Anzahl der Kugeln. Vielleicht sollte ich da auch mal ein paar reinpacken. Kostet nicht viel. Bloß 10% Kugeln. Geht hier noch was? Ist wahrscheinlich zu teuer jetzt, ne? 1000. Das hier. Auch 1000. Auch alles, ne? 1000 und so weiter. 1500 schon. Blutkapazität. Okay, komm. Gut. Auf geht's. Jetzt. Da, okay. In dem Bereich tut sich nicht so viel. Okay, da ist es jetzt wieder ein bisschen stabiler. Die sind feindlich. Aber ich frage mich... Ist der immer noch vermisst? Ist der immer noch vermisst? Ich frage mich... Ein Bürgermenü. Ja, ich hätte jetzt auch gerne ein Burger, ehrlich gesagt. Mit Pommes. Ich frage mich, ob die sich jetzt weiter anstecken, nachdem jetzt diese... die... die... die Grundlage der... Epidemie weg ist. So. So. Erstatte Lord Redgrave Bericht. Falsche Seite raus. So. Das ist gar nicht so weit weg. Wo ich hin muss, ist bloß... Naja, gut. Oh nein, ich gehe in die falsche Richtung. Oh Mann. Oh Mann. Das war hier wieder so eine Wache von... Was weiß ich was, ne? Pfleger von... Ich will mal Pritwin sagen. Von... Vorlaut, ne? Die Pritwin. Das große Schiff. Der Bruderschaft. Teil eines guten Griffes. Sehr gut. Sehr gut. Ist der eigentlich offen? Wir gucken, dass hier offen ist. Gut. Wir gehen mal zum Ascalon Club, ne? Vielleicht kann ich hier noch was kaufen. Wir gehen mal zum Ascalon Club, ne? What? I may have a look at your goods, Mr. Russell. Teiler eines guten Griffes. Er hat... Ich kaufe die alle. Müsste reichen. Aber ich gehe jetzt nicht zurück, um das zu machen. Ich gehe jetzt tatsächlich direkt zum Ascalon Club. Um Bericht... meinen Bericht abzugeben. Die Toten liegen hier immer noch. Okay. Hallo? Was machst du denn hier? Ja. Okay. Okay. Elisabeth? Was machst du hier? Ich habe mich vorhin gefragt, um dein Triumph, mein Lieber. Nachher, das ist nicht die Natur-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin? Aber es ist du, der anziert, dass ich in den Ascalon-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin-Aufin. Bitte, verabschihe meine Gidde. Verzeihen Sie meine Albernheit. Ja, die ist wirklich sehr albern. Na nö. Ja. Na nö. Ja. Ja. Aber einige Fragen sind. Das wichtigste ist, dass wir eine große Kampfkrieg für die Überzeugung von London gewonnen haben. Darüber begrüßen wir Sie. Danke, mein Herr. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für Sie. Eine der größten Vorteil. Vielleicht sogar mehr als das vorherige. Ich höre. Es ist Zeit, dass Sie eine größte Verzüge für den Club auszuliehen. Ich will Sie einen neuen Vampire rekrutieren. Rekrutieren einen neuen Vampire? Sind Sie mich auf eine Art diplomatische Mission? Nicht genau. Ich will Sie, dass Sie Aloysius Dawson der Econ machen, der er sein muss. Hm. Okay. Ja gut, wir machen es mal. Als du möchtest, mein Herr. Gut. Jetzt geh. Wie würdest du, dass ich weitergehen würde? Aloysius ist auf dich auf der Dorsen Estate. Als die Verkunft ist, werde ich dich da sein, um diese Momentöse anzunehmen. Bevor ich gehe, habe ich ein paar Fragen. Alles klar, ich höre. Okay. Warum Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least. But it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Okay. You invited Lady Asprey. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Okay. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sub on your blood. His heart will slow and stop. But he will rise again as one of us. Any mortal. Und da geht bestimmt irgendwas schief und wir müssen ihn bekämpfen. Is there any danger? Our blood altert a mortal body so deeply, that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Okay. Goodbye, Lord Redgrave. Mhm. Okay. Ich soll also einen neuen Vampir erschaffen. Okay. Mal sehen, was die Lady dazu sagt. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Hm. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know, what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turned the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Uh, wie kommt das denn? Oh, please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Hm. What would happen, if I made Dawson and Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Hmm. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man is dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit, that is his soul. Yeah, das klingt eigentlich richtig. Are you sure your information about Dawson? That Redgrave is correct. He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some nine centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls if the poor souls survive at all. Hmm. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he coveted as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Hmm. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Tja, wenn ich den also nicht zum Nachkommen mache. Dann muss ich mich wahrscheinlich mit dem Lord Redgrave dann abgeben. Oder befassen. Der ist wahrscheinlich Stufe 60. Oder so. Das ist schon eine ganze Ecke weg. Ah, geht so. Der Weg ist eigentlich ziemlich geradlinig. Das ist echt spannend. Also ich finde die Geschichte echt spannend. Kapitel 5. Finde den wahren Ursprung der Skalplage. Ich finde das wirklich spannend, ehrlich gesagt. Das spürt. Das spürt. Ja, er will es nicht selbst machen. Also die Geschichte ist viel, viel tiefer als ich dachte hier. Finde ich ziemlich faszinierend. Tempel Garden. Hm. Der Weg ist aber diesmal ziemlich geradlinig. Also ohne groß verschlungen zu sein, ne? Zwei. Komm her. Toll. Dann erst der andere. Das heißt, ich muss da jetzt gleich eine Entscheidung treffen. Ich traue eigentlich eher der Elisabeth. Als diesen merkwürdigen Lord Redgrave. Hm. Das sind aber viele. Gibt es da auch einen anderen Weg? Hm. Möglicherweise. Das ist ja so. Okay. Best slide back, Sir. A leech! A leech! I'm so fucking fucking fumble. Get back to the Grimonser. Der kommt aber schon gleich runter. Was ist das? Die Speisekarte von The Blind Gourmet. Finde ich auch interessant. Gibt es hier auch? Gibt es generell auch hier. Das habe ich selbst noch nicht gemacht. Influenza. Wo muss ich denn hin? Hinter dieser Absperrung hier wahrscheinlich, was? Ach. Eigentlich dahinter. Sag nicht, dass ich den ganz großen Umweg nehmen muss. Das wäre natürlich echt beknackt. Das wäre wirklich beknackt, wenn ich den ganz, 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 ganz großen Umweg nehmen müsste. Aber vielleicht muss ich einfach nur hier aufschlagen hier oder so. Oh, nee, wa? Muss ich wirklich den ganz, ganz... Obwohl, naja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Well, naja. Mhm. 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 Okay. Ich finde einen Weg, um den Quarantäne-Zaun zu umgehen. Quarantäne-Zaun. Hier bin ich gerade reingekommen, ne? Ja. Mhm. Gucke ich hier eigentlich in die... Ich wollte eigentlich... Das Spiel ist abgestürzt. Ich wollte eigentlich eine Markierung setzen an der Stelle. Und leider ist das Spiel abgestürzt. Ich starte es nochmal neu, würde ich sagen, oder? Nachdem wir fertig sind, will ich synchronisieren. Mhm. 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 Ja, komm. Mal sehen, wo ich wieder rauskomme. Ja. Ja, okay. Schon... Ah, toll. Die Gegner sind aber wieder da. Dankespiel. Dankespiel. Ja. 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 Falsches Timing. Das war aber teuer wieder. Na gut, ich heile ja von selbst, aber halt nur langsam. So, finde einen Weg, den Quarantänezaun zu umgehen. Da, was ist da? Ratten? Oder was ist da? Nein. Ich denke, dieses Passage könnte mich nahe zu Aloysius Dawson's Mansion führen. Hm. Wer ist das denn da hinten? Ein Econ. Ein Stufe 30 Econ. Ich werde mal besser nicht mit ihm kämpfen. Das kann sich lange hinziehen. Kann ich an dem vorbei? Okay. Ähm. Okay. Toll. Es sind sogar zwei da. Fantastisch. Toll. Du hast es? Oh, mein. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Okay. Stufe 30 ist nicht mehr ganz so dramatisch. Gut. Weil also anscheinend ist es in 11 Level Unterschied viel, viel relevanter als 9 Level. Obwohl der andere hatte auch einen richtigen Namen und er hatte einen richtigen Dialog gehabt und alles. Also, war das natürlich schon noch ein Unterschied. Was steht hier? Quarantäne und so weiter. Ja, ja. So. Folge dem Gun. Hier durch kann ich mal wieder nicht. Nein, das entspricht nicht meinen vampirischen Fähigkeiten. Wurde da gerade geschossen, da vorne? Oder war das nur so eine komische Reflexion? Das war wohl nur irgendeine komische Reflexion. Eine Ratte. Eine Ratte, eine Ratte. Ach, ich glaub das schon. Ich glaub das schon. Bin ich von hier gekommen? Ne, ne? Ein Moment ohne Rückkehr. Naja. Der ist 22. 239. Toll. Okay. 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 Toil 2. Toil. Drei. Toil. Wer ist denn überhaupt dieser Leo und Augustin ey? Okay. Okay. Die! Drei! 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 Ja, naja, okay. Naja, ihr wisst ja. Orientierung und so, ne? Gibt's hier noch einen Weg? Hm. Oh. Ne, Niete. Ey, du Niete. Na nü, wo müssen wir denn hier lang zur Hölle? Jetzt geh ich mal nicht da hoch. Aha. Da unten ist sicher ein Haufen Blut. Naja, mal sehen. Unten mal wieder so ein... ...Mechanik-Ritzel hier. Wir haben hier eins, zwei, drei... ...Pumpen. Ah, Pumpen ist ja vielleicht das falsche Wort. Drei Ventile. Aha. Die Tür wurde aufgeschlossen. Ach so, und das lässt alles wieder runter. Hm-hm. Komm, als Vampir hätte es ja auch rübergehen können einfach. weiter. Wat? Oh, Mann. Mann! Laut hast du für 30 Typen? Meine Güte. Ich bin jetzt hier. Du? Weder. Ach toll. Ja genau, ganz genau. Ach toll, Mann, beweg dich. Genau, das meinte ich gerade. Ach toll, Mann. Moment. 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 eto Ich habe das auch im Zusammenhang mit Asimov mal gehört, weil eigentlich bin ich schon ein ziemlicher Asimov-Fan. Ich habe zum Beispiel so ein Sammelbuch, Lucky Star, Weltraum-Ranger. Ziemlich, also da merkt man so ein bisschen schon, dass die Geschichten alt sind, aber schon ziemlich cool. Gefällt mir. Und die so Robotergeschichten, seine typischen Robotergeschichten finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Hmm? Mist, zu früh. Defysteigst asshole! Vampire robot, I will never be your wife! How long are you going to keep me locked in here? Entschuldigung, Fall 2 Ja, das glaube ich auch Jetzt hör mal auf zu schreien hier Toll, die falsche Taste gedrückt, geil Hab ich mich von dem Geschrei ablenken lassen Der ist immer noch genauso schwer Auf zu, Mann, wieder zu früh gedrückt Sind die schwer, ey, das ist echt unglaublich, ey Schneiden, Bein abschneiden, ja, wenn es mal so einfach wäre Jetzt muss ich den Weg erstmal wieder finden Ehrlich gesagt Weiß nicht mehr, wo ich bin Hm Hm Ich hab noch 2 Schuss, hm Ich hab noch 2 Schuss, hm Geh mal hin Ich bin echt ne Versuchung, also dieses rumgeschrei Geht mir schon ein bisschen auf den Keks, ne Geh mal hin Geh mal hin Geh mal hin Ich habe das geschlafen, was ich hier Nichts? Geh mal hin Geh mal hin Das war's für heute. Nein, Zeratrick! Disgusting, arsehole! Ich werde niemals aufpassen! Let me go, you bastard! Don't you know, Retta! Disgusting, arsehole! What? I can't beat your wife! How long are you gonna keep me locked in here? Let me go, you bastard! Ey, disgeschrei! Super ätzend! Disgusting, arsehole! Disgusting, arsehole! Disgusting, arsehole! Disgusting, arsehole! I will never be your wife! Oh, komm! How long are you gonna keep me locked in here? Your prey is mine now! Let me go, you bastard! Don't you? Just, you bastard! You bastard! Disgusting, arsehole! Vampire will not! I will never be your wife! I am feeble! Ugh! 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 How long are you gonna keep me locked in here? Puh, wäre schön, wenn man seinen rumschreienden Gegner vorher den Mund zutapen könnte. Ja, man müsste sowas sagen können, äh, wie, äh, schweigen Sie, my lady, ich muss mich konzentrieren, oder so. Mann, Mann, Mann. Mann, dieser Vampire hat mir gesagt, dass mein Vater tot war. Ist das wahr? Ich bin so, Frau Frau. Ich bin so sorry für Ihre Lose. Aber Sie sind frei, um zu gehen, als Ihr Abduktor nicht mehr ist. Ich glaube, mein Verkäufer hat auch meinen Vater, nicht wahr? Das ist eine ziemlich gute, ziemlich gute Dialogauswahl. Hm. Das hat weitere 140 EP gebracht, ja. Hat sich gelohnt. Naja. Naja, okay. Okay. Aber eigentlich bin ich ja dafür nicht hier. Eigentlich nicht. Ich muss den Weg finden, um... Weg finden, um zu diesem Alosius sowieso, Dorsen, zu kommen. Den ich theoretisch in einen Vampir verwandeln soll. Was ich wohl nicht tun werde. Wenn ich die Wahl habe. Hm. Na dann. Ja, dieses Geschreie von ihr, das hat echt abgelenkt, ne? So. Frage die Einwohner nach Alosius Dorsen. Okay. Das wird einem aber auch echt nicht leicht gemacht. Er will unbedingt... Er will unbedingt Vampir werden. Oder Econ, wie es hier so schön heißt. Und der macht es dann aber auch echt nicht leicht hier, ne? Geh in die falsche Richtung. Okay. 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 Sie machen es einem echt nicht leicht. Upsa. Good evening, Sir. Ich bin Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Ja, bitte. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, Sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Mhm. 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 What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've seen Aloysius for many years. Mhm. Eigentlich habe ich gar keine Lust, ihn weiter auszufragen. Goodbye for now, Mr. Baker. Frage ich mal ihn. Good evening, Sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is not... That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, Sir. But it's a pleasure to meet you anyway. Hmm. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Okay. Der ist gesund. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Mhm. Goodbye, Mr. Baker. Also ich hab jetzt... Na, also ich find die Gespräche da schon ziemlich cool. Aber ich hab einfach... Auch nicht immer Lust, die bis ins letzte Detail durchzugehen. Good evening, Sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, Sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are? Why are all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke-Doctor doing in the West End of this time of night? Hmm. Ja. Do you need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. I don't feel too well. Warum nicht? You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Ja, ist aber zu hoch. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about it? Aloysius Dawson is exactly the kind of power for an influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. What are you investigating exactly? Mr. Kimura has been murdered. Always the same injuries. Wound to the neck and massive blood loss. I stick to my homicidal maniac theory. Hmm. What are you really doing here? I told you. I'm the detective inspector from Scotland Yard. Investigating suspicious cases in the area. So, ja, geschichtsrechtliche Name, ja, was hilft's, ne? Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick. And since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Hmm, reicht. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Spanish flu is not the only hidden killer around here. Hmm. Unbekannt. Was ist das denn für einer? Ist das hier da, wo ich hin muss? Nein. Alles immer abgeschlossen, alles immer abgeschlossen. Wie gesagt, der Typ, der will unbedingt Vampir werden. Will unbedingt unsterblich werden. Und Macht für uns ne schwere Aufgabe draus. Hmm. Wer bist du denn? Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stone, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Hmm. Hmm. Der scheint interessant zu sein. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? Vampires fate is much more delicate to read, Dr. But I can try. Hmm. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been razed, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. Hmm. How do you measure the amount of blood? I told you. Is it possible? Vampires. Hmm. I would rather not know. Okay. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo. In spite of our fondness and acceptance of your kind. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate. And may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars. Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Okay. I know there is no love lost between the guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then. The strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them. And the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides consider themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics. Not always fairly or with consideration. Hmm. Okay. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson? Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts. Readings which blackened his heart. Mm-hmm. Hmm. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wonder. Yet it amuses me to converse with your kind. Perhaps London will survive the epidemic. But I see terrible trials are waiting in the future. Tja, okay. Nun gut. Hier muss man wahrscheinlich mit mehreren Leuten draufstehen, schätze ich. Oder in der richtigen Reihenfolge. So, ja. Ja, wie finde ich jetzt den Weg dahin? Hmm. 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 Keep out. Ist das ein... Das ist ein Unterschlupf. Na, wie praktisch. Na, wie praktisch. Bedeutet das etwa... ...dass ich Nachschub an Munition und... ...und... ...und Heiltränken und so brauche? Der Name der Rose, ja. Den habe ich mal gesehen. Aber den habe ich zu früh gesehen. Ich habe ihn damals nicht wirklich verstanden. Warte. Warte. Ich habe wohl nicht so viele. So, analysieren. Was gibt es da? Starkes Regenerationsserum. Starkes Ausdauerserum. Das ist leider alles sehr teuer hier. Kann ich mir nicht... Kann ich leider nichts... Ich kann ein leichtes Regenerationsserum herstellen. Hm. Ausdauer. Ausdauer. Blutserum. Ich kann immerhin ein Blutserum herstellen. Warte. War noch gar nicht so weit. Dieses Ding hier... ...gewöhnliche Axt. Hm. Angriffsgeschwindigkeit 5. Da bleibe ich doch lieber bei dem Ding hier, was ich schon hochgelevelt habe. Habe ich hier schon die Sachen, die ich brauche? Ja, tatsächlich. Genau. Genau die Sachen, die ich brauche. Schocken 5. Nein, komm. Makellose Pumpgun. Das Ding hier. 68. 160. Ist auch eine Pump... Eine Schrotflinte auf jeden Fall. 45 Schaden. Okay. Schau ihn nochmal an. Der ist wirklich gut. Habe den damals mit 11 oder so gesehen. Verwirrt und gleichzeitig fasziniert. Ja. Das glaube ich. Der Film, der mich am meisten verwirrt zurückgelassen hat, sage ich mal, war... ...zardos. Den fand ich höchst merkwürdig. Und... ...aber ich hinterher... ...die ganze Zeit gedacht... ...hä? Verdammt, warum kann ich ja nicht rein? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht. Genau. Zardos mit Sean Connery. Das war... Ich hab den einfach... Ich dachte... ...so die ganze Zeit... ...was? Was? So, ne? Und dann war der Film zu Ende und ich dachte... ...was? Aber naja. Vielleicht war ich auch zu jung, kann auch sein. Wie komme ich denn da zur Hölle rein? Der Typ macht's mir wirklich schwer. Na gut. Was soll die Anwohner hier fragen? Vielleicht muss ich noch mehr Leute fragen. Und ein Film, der mich auch... ...mit sehr, sehr... ...gemischten... ...und... ...verwirrten Gefühlen... ...zurückgelassen hat... ...war Rocky Horror Picture Show. Da dachte ich auch hinterher auch... ...wa... ...wa... ...was? Was? So etwa, ne? Ach ja, das war der Typ. Verdammt doch mal. Dieses Gesuche geht mir auf den Keks. Dieses Gesuche, wo es anscheinend... ...nicht weitergeht. Das ist... ...despicable. Hier habe ich doch schon alle gefragt, hier. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, okay, hier ist noch jemand. ...dobeschön. Guten Abend, Frau Price. Wie geht's dir heute? Dr. Reed. Ich wusste nicht, dass du aus der Krieg zurückgekehrt hast. Ich hatte einen neuen Doktor, als du ging, aber er ist nicht so kind als du. Ich bin immer glücklich, zu sehen, einen alten Patienten in guter Kondition. Es hat ein langes Zeit. Sehr lang. Und als Token meiner Appreciaation, ich gebe dir den besten Preis, wenn du etwas kaufen willst, von meinem übrigen Shop. Okay. Kann ich auf deine Gäste, Frau Price? Es ist immer ein Freude, dich hier zu haben, Dr. Reed. Geh alles, was du brauchst. Hallo, Miniumteil, brauchte ich für irgendwas. Das war alles so teuer. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Dr. Reed, ich bin glücklich. Guten Abend, Frau Price. Du... Ja. Wann du Aloysius Dawson? Jeder kennt ihn. Er hat nur in meinem Shop, aber nur in meiner Shop, schaust für rare Bücher und andere inträgliche Antiken. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Okay. Goodbye for now, Miss Price. Dr. Reed, I am glad to see you again. Heartless Tycoon. Okay, jetzt soll ich nur noch betreten. Nicht mehr mit den... Nicht mehr reden. Okay. Ach, sieh an. Jetzt darf ich, ja? Jetzt darf ich, wie es aussieht. Aber nicht hier. Das war wohl eher so, um festzustellen, ob es sich lohnt. Wo ist der denn jetzt? Also, das ist... Ich habe keinen Questmarker. Ich habe keinen Questmarker. Was ist denn hier? Ereignis. Ein unbekanntes Ereignis hat stattgefunden. Ein unbekanntes Ereignis hat stattgefunden. Hm. Überall unbekannte Ereignisse. Neuer Dialog mit Dr. Swansea. Unbekanntes Ereignis. Hm. Kann nicht überall hin. Die kenne ich, aber die Filme von David Lynch sind meistens Filme, die mich etwas Fragen zurücklassen. Last Highway. Mulholland Drive to Blue Velvet. Hm. Aber das ist auch das Faszinierende an den Filmen. Hm. Er wartet mich in seinem Angeben nahe der Tempelchurch. Hm. Tempelchurch. Ich habe keinen Quest... Da. Dorsons Anwesen. Na. Da steht immerhin was. Ist ja schon mal ganz gut. Hm. Aber ich habe keinen korrekten Questmarker. Heartless Tycoon. Jetzt also auf der anderen Seite durchgehen, ja? Ich habe das erst für Blatt. Okay. Einmal... Einmal durch. den Bereich hier durch, ja? Hm. Hm? Hm? Oh Mann. Was ist das denn? Ach. Was ist das denn? Dune? 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 Ja... Der alte Dune-Film. So. Welche Richtung? Hier wahrscheinlich, wa? Dune? Look at it! Bisschen bugger, innit? We don't cross this beast! Stay back, beast! Toll. Es ist blöd, wenn man vor Leuten steht und die... Das reagiert nicht, weil man vielleicht nicht genug Ausdauer hat oder so. Hm. Ich finde den alten Doom-Film auch viel besser als neuere Verfilmungen. Es hilft wohl nix. Toll. Ach komm. Hm. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Das war's für heute. Ja, hier. Das ist schon cool. Stimmt. Oh, keine Ausdauer. Beziehungsweise die falsche Taste gedrückt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Fragezeichen. Daraus ist ein Anwesen. Hier, hm? Leider kein Blut, aber ich könnte in Zweifelsfalle... ...meine Zone. Na gut, dann schauen wir mal. Das war ja ein Aufriss. Dawson's Mansion. Hier bin ich, am Schluss. Aber die Frage bleibt. Ich bin bereit, mich zu sterben, zu machen, wie ein Progeny? Hmm. Ok. Also, ich werde wenn ich die Entscheidung treffen kann und sie mir nicht vom Spiel abgenommen wird werde ich den nicht zu einem Vampir machen, selbst wenn Lord Redgrave darüber nicht erfreut ist. 9, 20, 28 Warte, ich kann ja kurz nochmal hochgehen aus Lootgründen hier war doch auch noch was, oder? Hier Der Typ hat auf jeden Fall hat eine Menge Geld Zeitungsartikel Hinrichtung des John Francis Parra Ich überfliege das nur Trotz vieler Lücken im Ablauf der Ereignisse heute kann ich unsere Fragen beantworten Bei den reichen Leuten liegt überall Geld rum So Sieht's nämlich aus Da ist er Aloysius Dawson Der Typ, der eine Mauer bauen will zwischen Arm und Reich Der Typ, der Entschlossenheit zeigen will Also, wie gesagt Wenn ich's entscheiden kann Wenn ich's entscheiden kann wird er kein Vampir Nicht durch mich Das einzige, was mir immer etwas lächerlich vorkommt ist dieses mickrige Schloss des Hauses der Atriiden Da ist er Greils Finally, you're here, Dr. Reed What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion Death pestilence around us und Zeit ist gegen mich. Ich sehe, dass du ein paar der größten, obwohl experimentell, die Schleifung des Schleifers gibt. All das könnte so gut sein in einem Krankenhaus sein. Ja, ja. Seit Lord Redgrave meines Doktor zu performen meine Konversion, dachte ich, dass du ein paar dieser Dämonen findest. Das ist sehr gut. Aber heute nicht ich hier als Physiker. Aber ich fühle mich sicher, dass ein Schleifer, such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you, I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Hmm. Hmm. Es ist jetzt so eine Situation, wo man nicht ganz genau weiß, was diese Aussagen bedeuten. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs and the cold. So cold. Hmm. Einfach alle töten? Hmm, nicht alle. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Hmm. Hmm. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed. I'm powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Mm-hmm. Dann looten. Alle töten und dann looten. Ja. Was weiß du über die Schmerzen von Priwan? Was ich weiß, ist, dass ich jemanden oder irgendetwas, der mich aufzunehmen würde, um mich zu schützen. Okay, ich kann sonst nix machen. Hmm. Ich hab leider nicht, äh, Stufe 6. Hmm. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Hmm. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Tough decisions. So lange andere den Preis zahlen. You really plan to build a quarantine wall across London. Yes. It will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Hmm. Hmm. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor. This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor. No matter the cost. Hmm. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Hmm. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Okay. Es ist ja der Typ, den... Ja, ne? So. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right. Do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Du opferst 2000 EP. Hmm. In den Bann ziehen. Was ist jetzt das Beste? Das Coolste, sag ich mal. Oder das Hilfreichste? Vergessen Sie Ihre Angst vor dem Tod. Gut. Aussaugen. Ich werde sie töten. Ja, also zum Vampir machen mache ich hinten. Das mache ich aber nicht. Ich glaube, ich mache das hier. Den Typen kann ich nicht leiden. Und ich kriege Erfahrungspunkte dafür. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich einen Mann so bereftet von Empathie gesehen habe. Du bist so verweilbar. Nein. Warte. Du kannst nicht. Ich habe ein Gespräch mit Herrn Redgrave gemacht. Ich habe das alles, was er will. Bitte, bitte. Sleep jetzt. Rest jetzt. 永永遠. I would have lived forever! Who were you to decide my fate? Who gave you the authority? Bandstufe. Erster Schlüssel? Dritter Schlüssel? Zweiter Schlüssel? Okay. Dieser Bezirk wird durch die Konsequenzen leiden. Wenn du es bei mir machst, das Problem löst. Ne, das Problem ist ja nicht gelöst. Also, der Typ... Der Typ... Naja, der hätte dafür, glaube ich, gesorgt, dass hier alle leiden. Ich glaube, das ist hier nicht... Ich glaube, der Bezirk wird nicht... Also, die Menschen werden wahrscheinlich nicht unbedingt daran leiden, dass er tot ist. Ach, die war... Die war gar nicht gesund. Okay. Hätte ich mal gucken sollen. Gibt es denn noch Loot? Eine wässrige, reichhaltige Lootprobe. Ah. Lord Redgrave wird nicht erfreut sein. Ich kann ihm natürlich sagen, dass der Vorgang... Ich könnte ihm sagen, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist. Hm. Ob der mir das glauben wird? Bin da nicht so sicher. Hm. Hm. Kuriin und so weiter. Okay. Ich bin da nicht so sicher, dass der mir das glaubt. 500 Schillinge. Uh, okay. Das kann ich akzeptieren. Ich hätte... Vergessen Sie Ihre Angst vor dem Tod. Ich hätte ihn auch einfach sagen, mal... Natürlich da hinscheiden lassen können. Wer ist das? Lord Redgrave. Der wird das nicht mögen. Ob der mich angreift? Ist es fertig, Dr. Reed? Ist Aloysius Dawson wiedergeboren, wie erwartet worden? Alas! Aloysius Dawson wurde nicht zurück nach Leben, nach seiner Tod. Der Mann ist weg. Was? Was ist passiert? Er hat die Prozedur nicht überlebt. Nun. Das wird er mir nicht glauben, wenn der die Bissspuren am Hals sieht. Hmm. Ich konnte nicht so gefährlich werden. Nicht aus meinem Blut. Nicht aus meinem Blut. Nicht aus dem Blut. Nicht aus dem Blut. Das ist ein Blut. Ja. Ja. Geh, Traitor. Und geh das verrückte Kreatur. Das Unterfitt von einer Frau, die ich habe erwartet, für dich. Und bleib weg! Und das Schwert wird dich richten. Beschütze das Pembroke-Hospital. Oh. Oh, oh, oh. Beschütze das Hospital. Da. Das ist aber ein weiter Weg. Ne? Das ist ein echt weiter Weg zum Hospital. Nun. Step away, Traitor. Return to your dubious friends and your decrepit Hospital. Do not dare show yourself again. Naja, die Zeit ist 4.11 Uhr. Who are you? Alte Bridget. Was machst du denn hier? Your friend, the wise Econ. She sent me to warn you. Hmm. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers. And hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? Who said I took the streets? Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Hmm. How did you meet Lady Asprey? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. And her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashprey, in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbery? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the Sewer Skulls. Once she questioned Harriet Jones, she agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste. So be quick. Where is Lady Ashbery right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first though. Do not worry, young Econ. She is no fool. And just as strong as you. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Scull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes. But my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls. And of so many other forgotten children. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate. And asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good. Yet tainted with a deep sadness. And the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals. For we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Brigid. The buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Okay. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Warum nicht? Yes. Tell her, I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Econ. For the flames are rising. Okay. That is a further way. I had just actually hoped, that man here irgendwie... Naja, I'll try to see if I can just go right now. I had hoped, that I could find a way to find, a way to the city to come. Irgendwie... Keine Ahnung, under... So, so Tunnel, oder sowas. Oder sowas. Lord Finney. Mr. Bates, evening. Ning. Yeah. Nimm. Since I took an Olau... Infecting you... Goodbye, Mr. Bates. When science fails you... This elixir... Ich laufe in die falsche Richtung. Ich laufe in die falsche Richtung. Orientierungsprobleme. Ich laufe in die falsche Richtung. Unbekannt. Egal. Egal. Egal, jetzt gerade. muss den weg wieder zurück finden eigentlich ist das gar nicht so eine große stadt hier meine natürlich natürlich ist sie fürs spiel verkleinert worden aber trotzdem also so wie bei eurotrack simulatoren ich lasse die erst mal untereinander dass das untereinander auskämpfen du feinst aber eine reihe zwei reich hallo wenn ich richtig ausgesprochen habe eine reifen spielen das stimmt und das sind nur die die ich durchgespielt habe die du unten sie ist in der liste ich habe eine menge spieler auch angefangen und nicht fertig gespielt großhaft das karl ich sollte mich da lieber nicht schnappen lassen würde ich sagen oder wenn es geht so kann ich hier ich kann mir eine regenerationsserum machen sogar zwei kann sagen sogar drei aber das stimmt nicht ja also ich bin quasi das gegenteil von dir ich habe vielleicht immer eine handvoll spielen die ich dann aus spiel das kann ich aber auch verstehen tatsächlich weil es gibt eine reihe von spielen die packe ich immer wieder aus immer wieder und ich spiele ich immer wieder und manche sind davon schon ein bisschen angeödet ich spiele nicht immer im stream aber ich spiele immer wieder zum beispiel dissonert 2 hauptsächlich oder fallout 4 das sind so die klassiker die ich immer wieder auspacke oder halt eurotrack simulater solche sachen ne nordisch was willst du damit sagen so muss in diese richtung diese richtung ne so ich bin fast da so mach ich das halt dann mit den ganz anderen hau ab noch ist hier alles gut wie es aussieht ich muss wahrscheinlich mit edgars wansies büro das schwert wird dich richten warte das ist doch ne nicht hier ich bin schon echt lange nicht mehr gewesen das ist mal wieder dissonert 2 oder fallout 4 im stream spielen könntest ja na gut ja na gut wenn drauf bestanden wird die folgende blutspur dr swansea wurde also quasi verletzt und mitgezogen okay das sieht sehr nach bosskampf aus ne sehr nach bosskampf nordisch besteht darauf ja ich glaube auch ich glaube auch ok ich glaube auch Ich habe dich nie gesagt, dass du das in der Fall von einem Vampire attack hast. Er sagt viel über wie viel ich dir vertraue. Was hast du mit Edgar gemacht? Keine Angst. Wir haben uns nicht zu töten. Selbst wenn du dein Freund schlägt ein wenig von ihm. Was sagst du? Wir wissen alles. Swansea und dich haben diese blöde Epidemie gemacht. Du möchtest, wie William Marshall warst. Nein, ich versuche einen Ende. Wie du bist. Du bist ein Progenie, nicht wahr? Wo ist das Monster? Es ist noch in England, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, was du sprachst. Jeffrey, bitte hör auf mich. Keine Ahnung. Das blöde wird nicht mit mir funktionieren. Wir haben in der Theater gefunden. Doris Fletcher war dein erstes Experiment. Wo ist Marshall? Vous sagt. Hatsch! Hatsch! Das ist so viel für die Verwendung der Technologie. Es ist schnell auf die Tried-and-Krige. Du wißt, was das ist, Beast? Das ist Blöde von Arthur. Blöde eines Verländer der Britten. Der Amendment hat cooler als deine senzaen Macht. Dankeschön. Dankeschön. Shit. Oh Gott, haut der rein. Ist ja unglaublich. Das ist wieder so ein Kampf. So ein... Du brauchst 200.000 Versuche. Dauer. Dauer. Und ja. Na toll. Jetzt ist... Das... Mann! Komm! Toll! Ich sag mal hier, ähm... Speicherstände sind nicht Speicherstände, weil... Meine Munition ist jetzt alle und mein... Mein Blutserum ist auch alle. Das heißt, es wird immer schwieriger. Und das andere Serum ist auch... Habe ich auch schon eins verbraucht, also... Es wird immer schwieriger jetzt. Toll! Show some style. Fight up, Mann! True Light will cleanse you! Hey! 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 Ich habe mich nicht mehr verwendet. lade und und die munition nicht mehr habe das ist super nervig der verliert auch gut leben naja aber dann macht er die scheiß lampen an die scheiß uv lampen das untere sind die ist nicht das leben hallo rio gen wird das nochmal sp neu starten ja unbedingt er ist 33 mhm bist du immer noch extrem unterleveln den eindruck habe ich ständig aber ich habe auch keine ahnung ich weiß nicht ob ob der typ immer level 33 ist oder immer einfach mal eben zwölf level über mir egal welchen level ich bin ich habe so mal sehen warte ich werde nie mal keine ahnung ob der immer die ist das finde ich also richtig scheiße dass das hier beim das hier jetzt einfach mal eben einfach mal eben die die munition jetzt weg ist super nervig super nervig was er jetzt sagen will dass ich nicht denke dass du zwingend unterlevel bist ja also naja ich habe halt immer das gefühl ja dass ich hier einfach das halt mal irgendwie unterlevelt ist das gefühl habe ich halt ja man darf sich nicht treffen lassen das ist ein super tipp jetzt 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 schaffe ich es das ist da werde ich jetzt nicht drauf bekommen da werde ich es nicht drauf bekommen ja 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 auch Das klappt so nicht. Also nicht mit der... Ich muss die Rolle Dingens wieder nehmen, damit kenne ich mich ein bisschen besser aus, wenigstens. Er verliert auch gut Leben, das ist natürlich nicht korrekt. Der verliert nur ganz wenig. Sie werden noch herausfinden, dass fast nichts ein Vampir zu töten vermag. Das ist doch hier... Das ist doch Mobbing. 21 ist mein Level und 32 oder 33 ist seiner. Tja, okay. Das ist jetzt hier so... Ich würde mal sagen, so Bloodborne-Schwierigkeit. Bloodborne-Schwierigkeit. Toll. Ich bin human. Ich gebe dir Zeit bis zum Release von SC. Nun, bis dahin habe ich Vampir 3 durchgespielt. Und... Fallout 7. Ich mache nächstes Mal weiter. Es ist spät genug. Star Citizen. Es ist spät genug. Das ist natürlich eine tolle Sache. So direkt vor dem Bosskampf. Aber ich... Tja, da muss ich durch. Da hilft nichts. Meinst du, dass wir noch länger warten müssen? Meinst du, das ist optimistisch? Meinst du Fallout 9? Oder was meinst du? Ich drücke mal Aufnahme beenden. Ich drücke mal aufhören. Es ist ein bisschen zu tun. Ich drücke mal aufhören. Vielen Dank.